Jawohl, Sonntagabend. Die Show ist schon bald vorbei. Ich bin noch Backstage im Milchzelt mit Angela und ihrem Freund. Wie heißt dein Freund schon wieder? André Amboel. Gut. Von wo ist er? Von Affolter. Hat er Freeski gewonnen eigentlich? Mein Herz hat er im Freeski gewonnen, ja. Das ist doch viel mehr wert als Freeski-Champion, oder? Viel mehr wert. Wie schön ist das? Hey, und dein Bruder, Elias, hast du auf dem zweiten Platz. Was meinst du? Ich gratuliere ihm. Oder wir beide gratulieren, er hat es verdient. Was musst du nächstes Jahr besser machen? Mehr Milch trinken? Ja, sicher. Logo. Schau mal, schau mal, wir haben uns einen Special-Effekt versprochen. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Yeah, kommst du noch mit der Cam? Auch visuelles Spektakel vom Feinsten. Wie schmeckt ihr? Oh, sehr gut. Sehr gut, oder? Das Vanille, oder was? Ja. Wow. Yeah, nein. Ich glaube, du trinkst es ein paar von denen und dann nächstes Jahr bist du für das Finale gesetzt. Weil du wirst so etwas von Dope zu sein. Es geht gar nicht anders. Hey, André. Was machst du heute noch? Ah, Ruhe, aber ich bin so kaputt. Die letzten drei Tage haben mich so geschlaucht. Dann gehe ich mit Angela ein bisschen in den Ausgang. Eid. Eid. Gut. Ladies and Gentlemen, Druck aus dem Milchzelt. Ciao.